moin moin und hallo und willkommen zu einer weiteren folge project cars heute mit dem mercedes sauber c9 der damals in der gruppe c unterwegs war und das ist glaube ich eines der absolut brachialsten fahrzeuge aller zeiten es gab eine zeit da war die gruppe c schneller als die formel 1 zu der zeit der gruppe c ja und heutzutage ist die limon nicht ganz so schnell wie die formel 1 würde ich sagen aber sie sind auf jeden fall gar nicht so weit entfernt aber sie sind noch ein ganzes stück von der gruppe c entfernt was die relation angeht also die heutigen limon fahrzeuge sind schon ein bisschen schneller als die damaligen gruppe c fahrzeuge aber verhältnismäßig zu den jetzigen formel 1 autos langsamer als die gruppe c fahrzeugen zu den damaligen formel 1 fahrzeugen ja und der sauber c9 war wirklich ein auto das hat die gruppe c ich glaube so ein zwei jahre schön dominiert auch hier habe ich mich jetzt verbremst und interessanter fakt michael schumacher ist auch in seiner karriere mit dem sauber c9 unterwegs gewesen jetzt wo ich sage bin ich mir gerade nicht sicher ob es der sauber c9 oder c11 war die sehen sich auch recht ähnlich die wurden innerhalb kürzester zeit nacheinander eingesetzt aber auf jeden fall war er dann mit einem sauber in der gruppe c unterwegs mit einem sauber mercedes und so kann es dann auch laufen dass man dann im endeffekt dann in der formel eins sitzt gut ich möchte jetzt aber nicht so viel reden ich mache hier noch mal gerade eine testrunde da meine zeit auch mittlerweile ein bisschen knapp ist um hier ein bisschen zu gucken wie viel sprit verbrauche ich was kann man am auto noch anpassen und eine kurze ankündigung das passt auch gerade prima rein eine kurze ankündigung für den juli nämlich habe ich dann mitte bis ende juli und anfang august noch meine prüfung in der uni und deswegen werde ich da ein bisschen weniger content produzieren ich werde natürlich so viel wie möglich versuchen zu produzieren werde auch mindestens ein bis zwei videos denke ich mal pro woche veröffentlichen noch zu project cars aber ja ich muss das ein bisschen drosseln damit ich entsprechend meine prüfung noch gut schreibe ok genug geredet jetzt aber wirklich viel spaß beim rennen und nun sind wir im rennen von startplatz 16 aus gegen insgesamt 15 ki gegner der schwierigkeit stufe 9 und dann schauen wir wo die reise hingeht das war ein guter start der beste den ich bis jetzt hin gekommen habe aber hier wird es schon schnell eng deswegen so sehr kann man davon jetzt auch nicht profitieren bin ich jemand hinten aufgefahren der da ein bisschen zu viel gebremst hat meines erachtens und dann sind wir auf rang 9 ja das habe ich auch mit wesentlich schlechteren staats schon hinbekommen da ist in glaube ich einer der uns da gerade angeschoben hat ordentlich ja ne 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 kollege du wirst hier keine position gewinnen durch deine unfairen manöver erst verteidigen und dann geht's ab in den angriff hier die doppel links sauber nehmen geht auch noch wesentlich schneller so aber erstmal möchte ich hier kampflinie fahren ein bisschen ja obwohl das relativiert sich jetzt gerade im moment acht zehntel eine sekunde der vorsprung ist groß genug jetzt kann ich mich auf die aufholjagd hier konzentrieren und bezüglich des setups habe ich noch eine kleine finesse nämlich hat man das beim gruppe 5 fahrzeug was ich in part 21 glaube ich gefahren bin auch schon gesehen der turbolader das fahrzeug hat auch einen turbolader boah was macht der denn durch urush bitte okay okay der wollte die position unbedingt behalten jetzt verliert ihr sie aber sowieso weil wir den besseren ausgang hatten ähm der turbolader den könnt ihr hier auch anpassen wie bei dem gruppe 5 bmw ähm der ist hier vielleicht nicht so stark geht auch nur bis 2,1 bar und aerodynamisch ist das fahrzeug auch eine ganz andere welt das heißt ihr werdet hier mehr traktion immer haben und äh deswegen wird es da weniger bemerkbare unterschiede geben als beim bmw aber trotzdem man spürt schon einen unterschied zwischen beiden fahrzeugen ähm also dem sauber 10 9 mit starken turbolader oder mit schwachem und da würde ich auch sagen okay könnt ihr euch innerhalb von weniger zeit ein bisschen herantasten ans limit an den maximalen ladedruck und da gucken wie ihr damit zurechtkommt und ich muss sagen spa ist einer meiner absoluten lieblingsstrecken mit diesen wirklich sehr schnellen kurven die habe ich jetzt ein bisschen langsamer genommen glaube ich als die ki sogar man hat ja diese schnelle doppel links im zweiten sektor die gerade eben die ich gefahren bin die links kurve und auch die uruch auf die wir gleich zu fahren werden ich glaube nicht dass die ki hier mit maximalen ladedruck fährt denn ansonsten würden die nicht so schlecht hier raus beschleunigen ich lasse mal ein bisschen abstand so gut durch die uruch kommen und danach kann man fast immer ein überholmanöver auf der geraden starten schaut euch dazu einfach mal den start von kimmy raiköldin in spa 2008 an glaubt mir es lohnt sich oh hier nicht locker gelassen und die position gewonnen aber er lässt auch nicht locker ist es unser team kollege ich glaube da die selben farben auf dem fahrzeug oh man ach der ist jetzt schon wieder vorbei ok ja schön aber dass die ki hier auch überholt ja 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 jetzt bin ich sogar extrem weit zurückgefallen was ist denn jetzt los jetzt schließe ich zwar wieder auf auf der geraden aber das darf doch nicht wahr sein ja hier in der letzten kurve vielleicht ein überholmanöver also in der eigentlich letzten kurven kombination im spiel gibt es ja noch eine weitere die fahren da sowieso immer zu weit raus ja in der formel 1 startet man eben just unter diesem schild wo circuit de spa francochon steht im spiel startet man hier haben wir in der formel 1 ist dann die zufahrt zu eau rouge auch entsprechend lustiger wenn die fahrzeuge bedeutend schneller noch da unterwegs sind oh das war jetzt nicht ganz ideal aber es absolut nicht egal zusätzlicher ladedruck der ist uns in den kurven zwar ein bisschen schwieriger macht aber auf den geraden macht es uns schneller wer hilft uns hier weiter und da das fahrzeug einen sehr geilen sound hat kommt auch gleich noch ein soundcheck direkt nach dem rennen die doppel links ist ziemlich geil da habe ich sogar drei vier zehntel aufgeholt das ist schön ok aber in der rechts links jetzt habe ich wieder ein bisschen verloren und so langsam aber sicher überhitzen auch die reifen acht zehntel persönlich verbessert der typ hinter mir ist unmittelbar dran was legt denn die ki hier für ein tempo vor man muss auch dazu sagen spa ist so eine typische strecke für gruppe c gt fahrzeuge heißt dass die entsprechend hier auch wahrscheinlich perfekt abgestimmt sind so ein bisschen wie die gt3 fahrzeuge in birno ist gewesen sein und deswegen wird es auch entsprechend schwieriger die sozusagen auf beheimatetem land fertig zu machen das ist bislang deine schnellste runde hat der ingenieur gesagt wer ist denn die schnellste gefahren vor allem wie schnell ok jetzt windschatten position 6 ist perfekt wenn ich mich hier nicht verbremse nee tue ich nicht so ich gehe auch ganz kurz gleich ins pause menü weil ich wirklich wissen will was die ki vorne für zeiten fährt das darf doch nicht wahr sein dass sie so schnell wieder fahren im endeffekt fahren die wahrscheinlich wieder noch schneller als der bisherige runden rekord und das wieder auf 9 von 10 ok ne da sind die schon moment platz 1 und 2 fahren 2 6 7er zeiten also ich bin da schon nah dran ok 2 zehntel fehlen mir da nur ich bin auf jeden fall nah dran oh hier sieht man sogar die den abstand zu der schnellsten runde auch ein cooles system wobei ich lieber den abstand zum führenden sehen würde da sind wir schon nicht weit entfernt wenn ich bedenke dass ich 20 liter sprit über hab dann könnte ich wahrscheinlich schneller fahren noch als die Typen da vorne ja aber trotzdem sehr stark wie die karriere unterwegs ist ach komm das mag ich auch nicht wenn man im menü aus dem menü raus geht mit b oder mit a mit a also ich hab auf a drunter schalten die taste auf a schalte ich runter und ähm entsprechend wenn ich dann a drücke um wieder zurück ins spiel zu kommen schaltet das teil eingang runter und das habt ihr grad gesehen da hab ich extrem viel zeit verloren dadurch ja schätzungsweise eine halbe sekunde oh man und jetzt überhitzen beide vorderräder schade dass der controller so wenige tasten hat ansonsten würde ich oh 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 die bremsbalance einfach ein bisschen nach hinten stellen dann würde zumindest das fahrzeug beim anbremsen die vorderreifen nicht so sehr belasten aber insgesamt läuft es doch eigentlich ganz gut auch wenn ich mich wundere wenn wir so schnell fahren wie die führenden plus minus jetzt zwei zehntel okay warum kann der typ hinter uns dann uns immer so deutlich angreifen okay jetzt gut durch uruch gekommen mit 260 kmh beim ausgang na für die gerade da hab ich auch schon überlegt ob ich das getriebe nicht etwas länger mache aber ich glaube das würde sich nicht so ganz lohnen vier zehntel persönlich verbessert und ich glaube das ist so eine 18 0 in der region ist aber auch eigentlich ganz schön die streckeneinteilung dadurch dass man nur den ersten sektor im ersten sektor nur uruch hat kann man auch sehen wer am besten durch die kurve gefahren ist entsprechend weil es auch weil es auch eine der herausforderndsten kurven ist vor allem in der realität wird es dann schwer wenn du gehkräfte nicht nur von vorne und von der seite hast sondern auch von oben unten weil es ja da ein ordentliches stück bergauf geht in dieser kurve da hätte ich mich fast gedreht ganz kurz nochmal pause ich möchte sehen was ich im ersten sektor von der zeit gefahren bin 17 8 damit sind wir fast an der rekordzeit dran wie wir durch uruch gefahren sind mit allem anderen sind wir wahrscheinlich ein ticken langsamer noch auf der gesamten strecke was dann aber auch ein bisschen dem controller geschuldet sein wird dem dass ich jetzt nicht so häufig im spiel unterwegs bin wie es gerne wäre aber man sieht es ist alles möglich im zweiten sektor war ich jetzt entsprechend langsamer wieder vorn und hinten aktuell weit und breit kein fahrzeug komm schon in die top 5 möchte ich auf jeden fall noch in der letzten runde das war eine schlechte letzte kurve oh 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 dammit oh da sieht man was in uruch ganz einfach passieren kann da kannst du dich auch einfach mal rausdrehen und dann ist es in der realität eigentlich schon gelaufen und im spiel verlierst du ordentlich position und wenn du schadensmodell hast an hast dann ist es im spiel auch schon gelaufen ei 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 ja da sieht man es zwölf sekunden habe ich dadurch verloren ja und jetzt bin ich ein bisschen zu unkonzentriert als dass ich das rennen nochmal komplett gut zu ende fahren könnte ok ich probiere es aber trotzdem den tom da vorne kriegen wir noch oh oh ja ok na eine sekunde mhm sieht düster aus gut aber es war trotzdem ein cooles rennen ihr habt es gesehen es klappt eigentlich ganz gut vor allem der erste sektor da wo ich mich dann im endeffekt auch gedreht habe vor allem da sieht es ganz gut aus und wir sehen auch 20 liter benzin zu viel ja aber trotzdem hat es mir sehr viel spaß gemacht also mit dem teil zu fahren ist wirklich was ganz großes das ist wirklich ein auto wo man auch in der realität sagt wow von der faszination her kommen für mich nur einige formel 1 autos ran und der mazda 787 b auf jeden fall das ist für mich die absolute messlatte was autos betrifft die keine formelwagen sind und jetzt vielleicht in der letzten kurve ach komm zieh doch nicht so schnell nach innen man das hätte so schön sein können das hätte so schön sein können wie wir hier durchs ziel fahren aber nein du musst mich rammen kollege ich meine wenn der mann innen ist dann musst du den platz lassen Fernando Alonso wurde ja so schön zitiert all the time you have to leave the space als er dann in monza von sebastian fädel abgedrängt wurde aber gut war ein cooles rennen also es hat mir wirklich wirklich gefallen also spa mit dem sauber c9 ist auf jeden fall eine sehr coole kombination ich guck mir mal ganz kurz die lackierung noch an hier bei mercedes benz ist auch interessant dass sauber damals eine partnerschaft mit mercedes eingegangen ist die sind ja immer wieder mit verschiedenen marken ins bett gestiegen sozusagen so hier haben wir die originalen fahrzeuge moment hier kann man auch die namen lesen maas reuter und der untere müsste dickens sein schlesser und maas sieht man michael schumachers namen hier nicht weil michael schumacher ist das fahrzeug auch mal gefahren was ich sehr cool finde ja aber was ich noch sagen wollte ist sauber interessanterweise ist so 2000 2000 bis 2005 glaube ich mit petronas eine partnerschaft eingegangen hier da in den 90ern mit mercedes und in den 80ern und lustigerweise hat jetzt mercedes mit petronas eine partnerschaft ja also die variieren da alle immer ein bisschen sehr sehr lustig ja ich verabschiede mich aber nun zum soundcheck genau der kommt auch noch und am sonntag kommt nochmal die karriere und wie gesagt im juli wird ein bisschen weniger content auch folgen also bei project cars dann wahrscheinlich ein video weniger dann zwei pro woche ja herzlichen dank dass ihr eingeschaltet habt bis zum nächsten mal bei project cars bis zum nächsten mal bei max johle ja ja ich ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020